Guten Abend miteinander. Das Lab, die Abschiedsskala von Philipp Fohrer. Ich stehe im Schluss am Ende hier mit ganz, ganz vielen Leuten, die hier im Publikum heute Abend vertreten sind. Und denen möchte ich allen ein Merci sagen. Er hat ja eine echte Karriere in diesen 20 Jahren hingelegt. Man kennt den Vipo, er spricht Dinge an. Immer positiv, immer geradeaus. Er hat einen unglaublichen Willen. Er ist einfach ein riesen Leader. Eine gute Super-Karriere gehabt. Wirklich. Ich habe ein 29er. Grüße Dien. Vielen Dank. Dabei hast du gerne geplagiert. Du hörst mit 30 auf. Seine Hockeystationen waren in Bern. In Lugano. Und Fribourg-Cotteron. Ich möchte eigentlich die Bewunderung, die ich für den Sport hatte, in irgendeiner Form weitergeben. Und dann ist das eine und das andere entstanden. Und so das Kinderbuch, das meine ganze Karriere umschreibt. Ja, eigentlich gibt es ja kein Wort, um das eben in Wort zu fassen, was die für mich gemacht haben, die ich heute stehen darf. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020